Oh hey, ich hab dich ja gar nicht gesehen. Hast du dich auch schon immer mal gefragt? Eigentlich wäre ich gerne Feuerwehrmann geworden. Aber ich habe einfach nicht wirklich die körperlichen Voraussetzungen dafür. Zum Beispiel habe ich einen großen Hintern. Das ist eure Möglichkeit, Feuerwehrmann zu sein. Hier in eurem Kopf. Ihr werdet Bücher von da oben retten und sie an die Menschen bringen, die sie ganz, ganz fest brauchen für ihre Hausarbeiten. So helfe ich der Menschheit. Wie hilfst du? Die Sonne scheint und ich habe heute zum ersten Mal seit Ewigkeiten mal wieder Sonnencreme aufgetragen. Das heißt, es ist eigentlich schon Frühling und damit auch schon fast Sommer. Ich habe auf jeden Fall super viele Pläne für den Sommer. Ich will auf jeden Fall verreisen und habe so ein paar Konzerte und Festivals in Aussicht. Wenn das Corona zumindest zulässt. Und die zahlen sich natürlich nicht ganz von alleine. Und deswegen dachte ich, ich vlogge heute mal über Nebenjobs. Und zwar heute spezifisch über Nebenjobs, die man an der Uni machen kann. Es gibt da ja verschiedene von HIV-Stellen bis zu nicht wissenschaftlichen Aushilfsstellen. Und ich treffe mich heute einfach mal mit ein paar Leuten, die mir ein bisschen was über die Uni-Anstellung erzählen. Und die erste davon ist Antje. Sie studiert Politikwissenschaft, ist aber am Uniklinikum eingestellt. Und was sie genau da macht, das erfahrt ihr gleich. Ich kriege Kaffee. Juhu. Wir haben uns gerade schon so ein bisschen darüber unterhalten, was du machst. Und das klang mega spannend. Was machst du denn in deiner HIV-Stelle so? Also ich arbeite in der Uniklinik. Wir haben Lehrstuhl für Demenz in einem Therapie, wo wir eine neue Therapieform entwickelt haben. Und gerade machen wir eine Schulungs-App. Die heißt BoulderPie. Und quasi tut man psychische Krankheiten mit Bouldern-Therapien. Okay. Und ich bin dafür zuständig, Videos und Fotos zu machen für die App. Damit quasi mehr Therapeuten von diesem Therapieansatz erfahren. Also ich finde den Job super cool. Ich arbeite auch sehr gerne da. Ich habe ein cooles Team. Das ist auch mal was völlig anderes. Ich arbeite mit lauter Ärzten und Therapeuten zusammen. Dann ist es natürlich einfach cool. Ich habe einen Job, wo ich quasi meine Skills jeden Tag einsetzen muss. Oder jedes Mal, wenn ich arbeite einsetzen muss. Und ich werde dafür bezahlt. Und das finde ich schon ziemlich cool. Und es hat auch noch irgendwie so einen positiven Sinn. Also so, man hilft ja Leuten damit. Also so dieser Helfen-Aspekt, das kenne ich so gar nicht von der Arbeit, die ich sonst so mache. Und das finde ich eigentlich auch irgendwie ganz schön, dass es so noch so einen Mehrwert hat. Und wie sieht es so mit deinem Arbeitsaufwand pro Woche aus? Und wie mit der Bezahlung? Genau, also ich arbeite fünf Stunden pro Woche. Und ich werde, also ich bekomme 215 Euro ungefähr. Bei mir ist es jetzt tatsächlich so, wegen meinem Job quasi, sind die Arbeitszeiten nicht immer ganz so regelmäßig. Also wenn wir jetzt sagen, wir fahren in die Boulderhalle und wir drehen da jetzt Videos. Dann kann es halt sein, ich arbeite sieben Stunden an einem Tag. Und dann gibt es halt andere Tage, da arbeite ich halt dann wenig. Wem würdest du so die Art von Job, also vielleicht jetzt nicht unbedingt dein, weil den willst ja du hoffentlich irgendwie weitermachen, aber die Art von Job so empfehlen? Und was müsste man da so für Skills oder Flexibilitäten mitbringen? Also eingestellt wurde ich als Theater- und Medienwissenschaftler, weil ich das mal im Bachelor studiert habe. Also natürlich haben sie nach jemandem mit Theater- und Medienwissenschaften gesucht, aber letztlich war es ihnen wichtig, dass ich halt Videos drehen kann und das halt auch selber planen, dann die Produktion durchführen und am Ende auch schneiden kann und dann fotografieren soll ich halt auch können. Und insofern war es ihnen quasi wichtig, dass ich halt diese Skills habe und die habe ich tatsächlich auch nicht im Studium, sondern halt nebenher bei anderen Sachen gelernt. Also kommt es vor allem auch mehr darauf an wahrscheinlich, was man selber so mitbringt und nicht unbedingt auf den Studiengang. Also da wird jetzt nicht nachgefiltert. Und ich glaube, dass man tatsächlich auch mal in anderen Bereichen oft was finden kann. Man muss nur die Augen offen halten und ich glaube, dass ich das gar nicht immer so bedacht habe, dass man meine Skills vielleicht auch woanders brauchen könnte. Also nicht nur irgendwie bei einem Medienunternehmen zum Beispiel. Weil letztendlich geht es ja darum, was steht in der Jobbeschreibung und da waren eben Sachen drin, die ich kann. Wie ihr seht, muss ein Job als HIVI, also als wissenschaftliche Hilfskraft, nicht immer unbedingt was mit Theorie und Büroarbeit zu tun haben, sondern findet auch in praktischen Bereichen Anwendung. Falls ihr allerdings genau darauf Bock haben solltet, also auf den Bürojob und das Theoretische, dann gibt es natürlich auch andere HIV-Stellen. Und dafür treffe ich mich gleich mit Eli am Juridikum. Hallo, na? Okay, also ich bin Eli, ich bin jetzt 23, studiere Philosophie, Master und bin jetzt aber am Lehrstuhl für Rechtsphilosophie angestellt, also im Juridikum. Was sind deine Aufgaben da als HIVI? Ganz unterschiedlich, also ich bin tatsächlich halb halb angestellt. Ich habe vier Stunden, die ich tatsächlich einfach als HIVI angestellt bin, wo ich das, was halt anfällt. Mal kopieren, mal Korrektur lesen, mal Bücher in die Bib zurückbringen oder abholen, solche Sachen. Und dann habe ich auch noch die andere Hälfte der Stunden, die bin ich bei einem Projekt mit angestellt. Und da ist es dann, also wir haben, am Lehrstuhl wird jetzt ein Buch veröffentlicht über einen Rechtsphilosophen. Und ich habe dann zum Beispiel bei der Recherche ein bisschen geholfen, aber auch ganz, ganz viel Korrektur gelesen. Gerade Fußnoten immer korrigieren, dass überall alles stimmt und dass es gleichmäßig zitiert ist. Weil wenn drei Leute an einem Buch schreiben, ist das immer so ein bisschen, ja. Unübersichtlich wahrscheinlich. Okay. Wie sieht es von der Flexibilität aus? Also wie viel arbeitest du die Woche? Wenn du sagst, vier und vier sind es wahrscheinlich acht Stunden? Fünf und vier. Fünf und vier, genau. Wie viele Tage sind das, die du in Anspruch nimmst? Ich mache das auch zwei Tage, aber ich könnte es verteilen, wie ich möchte. Also hier ist es komplett flexibel. Ich gebe quasi am Anfang des Semesters immer an, hey, das sind die Tage, an denen ich kann. Jetzt mit Corona ist es ein bisschen schwieriger, weil wir immer nur zu zweit im Büro sein dürfen. Das heißt, ich muss auch mit den anderen passen. Aber sonst kann ich das machen, wie ich möchte. Und wie viel Geld kriegst du im Endeffekt davon? Ähm, ich glaube 418 oder so. Also es ist quasi noch so, dass es unter der 450 Euro Grenze ist. Weil ich im Master bin, habe ich ja den Bachelor und bin in einer anderen Stufe. Aber die Uni ist da richtig, also die hat feste Regeln, wie viele Stunden, wie viel Geld kriegen. Und du kannst zum Beispiel jetzt auch nicht sagen, oh, ich mache neuneinhalb Stunden, um genau auf 450 zu kommen. Das macht die Uni nicht. Und für wen würdest du sagen, wäre so ein Hiwi-Job geeignet? Also Leute, die gerne ein bisschen in den Unialltag gucken wollen, dass man auch weiß, was das so ist, wenn man später akademisch zum Beispiel arbeiten möchte. Aber auch einfach ehrlich gesagt für jeden. Ich glaube das Einzige ist, du musst dich auch wohlfühlen, weil der Punkt ist, wenn du es an deinem Lehrstuhl machst, hast du halt immer deinen Prof in der Nähe. Und dann hast du immer Angst, dass du was Dummes sagst. Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist halt so das Einzige, aber ich mache es ja an einem anderen Lehrstuhl. Wenn ihr auf so einen Hiwi-Job Bock habt, dann kann ich euch aus eigener Erfahrung empfehlen, mal euren Dozenten oder Profs aus Detailbereichen, die euch sowieso interessieren, einfach mal nachzufragen, ob die vielleicht gerade einen Hiwi brauchen. Außerdem lohnt es sich immer in Seminaren, die ihr zum Beispiel sowieso interessant findet, gut mitzumachen. Denn dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass euch euer Prof oder eure Prof im Kopf behält und dann vielleicht mal wegen einer Hiwi-Stelle auf euch zukommt, sehr viel größer. Wir bleiben jetzt direkt hier an der Ecke Koch- und Bismarckstraße und wandern ein Haus weiter nach drüben, nämlich in die Philosophische Fakultät. Dort wartet nämlich Theresa auf mich. Hallo. Willkommen in meinem Reich. Hi, ich bin die Theresa. Ich studiere momentan im dritten Semester Französisch und Geschichte auf Lärm für Gymnasien. Und ihr seht mich hier in der Romanistik-BIP im achten Stock in der Bismarckstraße 1. Und hier arbeite ich jetzt seit letztem Wintersemester. Und das sind die klassischen Aufgaben, das heißt Bücher entleihen, Bücher zurücknehmen, neue Signaturen anbringen, mal ein bisschen was rumräumen, sage ich mal. Aber die meiste Zeit hat man hier tatsächlich Zeit zum Lernen und Sachen für die Uni auch zu erledigen. Wie sieht es denn von deinen Arbeitszeiten her aus und wie viel nimmst du am Ende vom Monat mit nach Hause? Also die Arbeitszeiten sind immer ein bisschen unterschiedlich, weil dadurch, dass ich an der Uni angestellt bin, muss man jetzt immer unterscheiden zwischen der Vorlesungszeit und den Semesterferien. Also während der Vorlesungszeit habe ich am Anfang erst sechs Stunden gearbeitet, mittlerweile zehn Stunden die Woche. Und in den Semesterferien sind es momentan insgesamt 90 Stunden. Das kann man sich aber aussuchen, wie man möchte, ob man da jetzt halt nur Urlaub machen will oder halt ein bisschen Geld braucht. Was die Bezahlung angeht, ist es im Moment genau der Mindestlohn. Also wenn man halt erwartet, dass man davon eine Miete zahlt oder wirklich in Erlangen sein ganzes Leben mit dem Beruf stützen möchte, das ist leider nicht möglich. Also wenn man nicht zusätzlich vielleicht noch BAföG bezieht oder von den Eltern irgendwie in irgendeiner Art und Weise Unterstützung erhält, ist das jetzt leider nicht der optimale Beruf. Das ist schon so eher der Nachteil an dem Job. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, von der Zeit, die ich arbeite, von den zehn Stunden, kann ich locker acht Stunden nur für Unisachen einfach hernehmen. Das heißt Klausurvorbereitung, Hausarbeiten schreiben und so weiter. Oder einfach nur vor mich hin prokrastinieren, wie es halt so schön ist. Also ja, also am Ende ist es jetzt nicht so rentabel wie vielleicht manch anderer Studentenjob, aber man kriegt auf jeden Fall ein bisschen was raus. Für wen ist denn der Job eigentlich ideal? Genau, also für Leute, die wirklich studieren, das ist immer so ein Ding, wenn man halt ein Fake-Studium jetzt irgendwie nur macht, dann natürlich nicht. Dann für Leute, die zusätzlich vielleicht noch finanzielle Mittel von den Eltern bekommen, vom BAföG oder was weiß ich auch immer. Oder vielleicht noch einen Job nebenbei haben, ist es schon optimaler Beruf, weil man halt wirklich sehr, sehr viel Zeit so für sich und für Unisachen hier dann noch hat. Genau, aber wenn man jetzt wirklich erwartet, davon eine Miete oder sich den ganzen Lebensunterhalt zu zahlen, das ist leider nicht möglich. Attacke Leute, Attacke, damit scanne ich euch. Das ist das wichtigste Werkzeug hier in der BIP. Ich muss mich jetzt hier gerade so ein bisschen vorm Wind verstecken, deswegen erkennt ihr wahrscheinlich schon, wo ich gerade bin. Ich bin nämlich an der Orangerie im Schlossgarten und auf dem Weg zum Schloss am Schlossplatz vorne. Viele Menschen interessieren sich ja immer mehr für Nachhaltigkeit und auch da gibt es an der Uni die Möglichkeit, einen Job in dem Bereich zu kriegen. Deswegen treffe ich mich jetzt gleich im Green Office im Schloss vorne mit Thomas. Hallo, ich bin der Thomas, ich bin studentischer Mitarbeiter beim Green Office und ich arbeite hier mittlerweile seit zwei Jahren fast. Ich bin bei Projekten mit dabei, arbeite meinen Kollegen, Kolleginnen zu und schaue, dass eben die Uni ein bisschen nachhaltiger wird. Meine Aufgaben sind super vielseitig. Also ich habe unterschiedlichste Arbeiten im Bereich Kommunikation zwischen Studis und Mitarbeitenden an der Uni. Ansonsten haben wir auch so kleine Projekte wie zum Beispiel die Suchfunktion Ecosia an die Uni zu bringen. Da habe ich mitgearbeitet und da eben Flyer mit entworfen, um das eben weiter an der Uni voranzutreiben. Wir haben Gebäude-Umwelt-Teams installieren lassen, die im Prinzip für ihre eigenen Lehrstühle zuständig sind und da habe ich eben die Meetings organisiert oder auch Treffen organisiert und halt eben die Planung dahinter gemacht. Also es ist ein sehr, sehr vielseitiger Beruf in der Hinsicht. Und vor allem auch sehr viel organisatorisches Fanziehen im Hintergrund wahrscheinlich. Wie sieht es aus mit der Flexibilität in deinem Job? Also wie viel arbeitest du die Woche? Ist das geregelt und wie viel verdienst du im Endeffekt damit? Also offiziell arbeite ich neun Stunden und das ist auch eigentlich ziemlich passend. Ich verdiene mittlerweile knapp 440 Euro abzüglich Steuern und Co. Okay und was würdest du sagen, für wen ist so ein Job geeignet? Eigentlich für jede Person, die Interesse an Nachhaltigkeit hat. Egal in welchem Bereich, ob soziale Nachhaltigkeit, ökologische, ökonomische Nachhaltigkeit. Also das ist komplett frei, solange man eben nur Interesse an Nachhaltigkeit hat. Wie ihr seht, gibt es alleine von der Uni aus einige Optionen, irgendwie an den Nebenjob oder an der Hiwi-Stelle ranzukommen. Und das waren auch noch längst nicht alle, da gibt es viel, viel mehr. Und mein heißer Tipp dafür ist tatsächlich, schaut euch eure E-Mails an, wenn ihr auf der Suche nach einem Job seid. Ich weiß, die E-Mails gehen sehr schnell unter, aber sowohl von der Univerwaltung generell als auch von den einzelnen Instituten und Departments. Es kommen regelmäßig E-Mails mit Jobangeboten und da muss man sich dann einfach drauf bewerben. Falls ihr jetzt aber sagt, okay, ich habe eigentlich keine Lust auf noch mehr Arbeit im Unikontext und ich möchte lieber woanders arbeiten oder was anderes machen, dann gibt es hier in der Gegend natürlich auch zahlreiche Optionen, da einen Nebenjob zu kriegen. Und deswegen folgt auf diesem Vlog auf jeden Fall auch noch ein Teil 2, wo ich mich mit ein paar Menschen treffe, die andere Nebenjobs haben und die euch ein bisschen darüber was erzählen können. Bis dahin würde ich sagen, genießt die Sonne und den frischen Wind, der mir heute meinen, ja man sieht's, die mir meinen Vlog in puncto Belichtung und Ton deutlich schwerer gemacht haben als sonst. Aber trotzdem freue ich mich natürlich, dass die Sonne draußen ist und der Frühling bald kommt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin macht's gut. Bis zum nächsten Mal wieder.